Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Montag, den 11. Dezember. Gut, und wir beginnen am heutigen Montag zunächst wieder mit dem Wochenschart im S&P 500. Wir notieren hier weiterhin unter dem oberen Fibonacci-Fächer, der in der aktuellen Woche ungefähr im Bereich von 4.630 Punkten verläuft. Hier befindet sich auch ein Widerstand, trotzdem konnten wir in der Vorwoche weiter ansteigen, ein weiteres Verlaufshoch markieren bei 4.620 Punkten und damit das alte Verlaufshoch hier bei 4.611 Punkten überbieten, womit dann der Aufwärtstrend weiterhin bestätigt wurde. Es kommt nun darauf an, ob wir in der laufenden Woche dann die Kraft haben, den oberen Fibonacci-Fächer hier nach oben zu durchbrechen. In diesem Fall würde dann ein Long-Signal entstehen, wobei sich dann der nächste Anlaufbereich im Bereich des alten Verlaufshoch hier bei 4.640 Punkten ungefähr befindet. Prallen wir hingegen am Fibonacci-Fächer nach unten ab, wäre eine Korrektur zu erwarten, die dann den 10er EMA anlaufen sollte, im Bereich von aktuell ungefähr 4.500 Punkten. Wir kommen dann direkt zum Wochenchart im hier vorliegenden DAX, wo wir ebenfalls seit Wochen ansteigen können und uns hier der Marke von 17.000 Punkten annähern. Aktuell befinden wir uns im Bereich von 16.760 Punkten, könnten möglicherweise in der laufenden Woche weiter ansteigen und dann hier den oberen Fibonacci-Fächer mit dem Widerstand bei 17.000 Punkten ungefähr erreichen. Solange sich also der Aufwärtstrend im DAX weiter fortsetzt, wäre dann hier mit einem weiteren Hochlauf zu diesem genannten Widerstand um 17.000 Punkte zu rechnen. Gut und abschließend kommen wir dann zu unseren Markierungslinien für den DAX für den Long- und Short-Bereich für den heutigen Montag. Da befindet sich kurzfristig eine Long-Chance hier im Bereich des 10er EMAs bei 16.440 und 16.500 Punkten ungefähr. In diesem Bereich notiert der 10er EMA aktuell ansteigend. Short-Möglichkeiten würden sich im Bereich von aktuell 16.840 bis 16.890 Punkte im Tageshandel für den heutigen Montag ergeben. Gut und damit wären wir dann auch wieder durch mit dem I&G Markets Morning Call für den heutigen Montag. Ich melde mich dann später noch mit dem I&G Markets Chartflash und dann am morgigen Dienstag wieder mit dem I&G Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im heutigen Trading und einen schönen Wochenbeginn. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Tageshandel für den heutigen Montag.